Ja, du hast einen Down-Lews Ich hab... ich hab... äh... Dings injured Nee Nee Der spackt, der läuft weg Warte kurz Da ist ein zweiter verletzt Ja Wunden mach ich mal schnell down Oh man Nein! Hinter mir! Danke Das war ich Ja Du musst in mich reingelaufen Ja, ich wollte grad schießen Jonas Ja Perfekt, also diese Fähigkeit, das war super Boah, jetzt mal ficken ja Hallo mein Ding Und herzlich willkommen zu meiner neuen pulminanten Ausgabe Ficken ja Von Rainbow In Ranked Heute mit Omni Ah! Ach, danke für mich Mit der Terrier Hey Mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem... Und dem... Daniel Äh... Und dem Dings Und dem anderen Idioten da Und dem anderen Idioten da Jonas, ich bin echt neidisch auf deinen scheiß Operator, dass der zwei Zigangen hat, die will ich auch haben Die will ich auch haben Meiner hat zwar den Rave auf links So krass finde ich den jetzt nicht Nee, aber die Zigarren sind hart Nachteil, er ist schwarz Das ist nicht die neue Map Hä? Nein, ist sie nicht Was? Die kennst du sogar Entweder ist der dumm oder er meint das sarkastisch Bin mir nicht sicher Ja Lowe ist dumm Ja, ich glaub auch Ja, ich glaub auch Okay Ich glaub das ist... 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 Nee, das ist ein CEO Office dann würde ich tippen Vielleicht sind sie aber auch unten Ich kenn die Map zu wenig Ich geh hoch Ich fahr hoch Ich fahr hoch Dann sind die CEO Ja Ich fahr hoch 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 Geh runter Geh runter Geh runter Passt auf, wenn ihr rechts... Chris nicht an die Tür oder sowas In diesem kleinen Raum Auf keinen Fall an die Tür Weil... Da ist ein kleines Loch Ein richtig echt mieses Pikaloch Ich bleib mal kurz in der Lobby Demos macht ihr auf Demos Tim Demos geht vor Achtung Kaviera Gang Kaviera Gang Ist das aber Kaviera ne? Jaja Ey Jungs kommt macht auf Ich smoke für euch Achtung Demos Weg da weg da Demos nicht weiter gehen Ok dann smoke bitte Smoken Du musst fetschern glaub ich oder? Nee Nee alles gut Rude liegt hier mate Rude ist du dann Demos nochmal hier vielleicht noch rauf Wenn du da irgendwen kommst Kaviera ist down Sehr gut Sehr gut Dann mach doch die andere Seite noch auf Dann mach doch die andere Seite noch auf Dann mach doch die andere Seite noch auf Mach die andere Seite noch auf Ups Ja mach mal hier auf Falscher Smoke Egal Jungs down Andere Seite ist auf jeden Fall mute Das weiß ich Echt? Ja, ist mute Chance Du musst irgendwie eine Reichweite bleiben Oder sowas ist neu Achso Ich dachte das wäre noch die Tscheche Bei mir ist hier noch offen Bei mir ist da noch zu Ist nicht weniger auf Bei mir ist da noch zu Hey Jonas komm mal her Schieß mir bitte ins Bein Du musst mich neu aufheben Ich hab nur 2 HP Thank you Ja Ja Gute Arbeit Ja Passt Die Waffe springt nicht zu stark Dann muss ich gucken Entweder komm ich darauf klar Oder ich spiel den Operator mit Ja Also so krass finde ich den Angreifer gar nicht Ja aber Ja aber Ja ist das so krass aber ich finde Skagitit einfach cool Skagitit ist cool ja Ja Also es ist nicht extrem stark aber es ist so ne Spielerei Aber ich finde wenn du das nicht genau checkst oder verletzt bist und dann kommt diese Brandgranate oder Gasgranate Was ist das jetzt für eine Granate? Ist das jetzt Gas? Das ist sowas wie Gas Das ist sowas wie Gas Es ist sowas wie Gas Ja klar Auf jeden Fall du bist so schnell down Wir bräuchten ja ne Luke Jungs Es macht ein Haufen Schaden auf jeden Fall Ja ich wollte eigentlich jetzt mal hier äh Dings gehen Campen Ja Also es macht ein Haufen Schaden Also wir haben es ja wie gesagt Chris hat es ja mal zu spüren bekommen Das macht 20 Schaden jede Sekunde Jeden Tick Jeden Tick Jeden Tick Jeden Tick schnell Jeden Tick schnell Jeden Tick schnell ja Zwei drei Sekunden habe ich schon mal 20 HP Also das ist äh nicht angenehm Boss hält jetzt in der MP weise sei auch anders ne Der hält jetzt nicht mit dem Glipper Magazin sondern vorne am Lauf Hat das irgendeine Auswirkung auf Aiming? Nicht direkt Wer hat jemand ein Schild? Ich muss nur cooler aussehen Nein Oh schade Ich hab Stacheldgrad Ich bin wütig Vergesst Bye Äh Also bleibt hier unten dann geh ich in die vernünftig blumen Op4 Drone has located the Biohazard Container Äh Demos ist noch mehr Stacheldrad Demos hast du noch eine Reinforce? Hast du noch irgendjemand Reinforce? Nope Zwei Zentimeter vor Einfach genau in die Mitte Ganz schön Wir kommen hintereingang Hintereingang Äh Zumindest hintereingang Wo ist hintereingang? Baustalle oder wie? Ne ne back alley Hinten ganz hinten dieser Eingang Wo man zu diesen großen Büros Wo man auch bereichsicher ist Wo ich durch dieses lange Fenster gucken muss Ahhhh Wo die Küche auch was Garage kommen auch welche Garage ist auch kaputt Ich hab meine Geschütze im Treppenhaus Danke dir immer Was? Ich denke da wenn Leute im Skylight rauskommen Sag mir wenn sie schon in der Garage sind ne Die die im Skylight kommen die hole ich mir Garage ist kaputt die müssten schon drin sein Christ Na mal ist Archiv drin IQ auf Bei mir bei mir bei mir Aber ein verletzt habe ein verletzt Jonas bei mir Kann man nicht runterkommen weil ich weiß dass über die auf jeden Fall Leute Gegner sind Ich finisher den jetzt aber nicht Ich bleib jetzt die beiden meiner Posi Komm gleich hier durch die Tür durch ne Ja bleib zurück Lass sie reinkommen Wo liegt denn der Chris? Äh der ist äh Geht wieder zurück zu dem Raum mit dem äh Büros da Mit diesem äh Mit diesem äh Mit dem praktischen Fuß Das sind Mates von ihm Ne der Reichweite ist ein Mini Achso Der sitzt auch OP Er ist jetzt down Ja der wurde aber aufgehoben Die haben die Lute aufgemacht beim Tresorraum Ach haben sie? Ok Ja haben sie Dann müssten die doch Ja die sind doch da oben Da hab ich nur grad was passiert wenn ich jetzt springe Ja grad eben hättest du den da äh messern können Ja der wurde aufgehoben Ja aber hättest du vorher das machen können Ok Einer ist runtergesprungen Einer ist Tresorraum Einer müsste jetzt genau hier sein Ja das sind zwei Stück Das sind zwei Stück Das sind zwei Stück Baby Chris verletzt 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 Weck mich Schnapp ihn den Mädel Wenn wir die haben dann gehen wir jetzt Jagd Jonas Ja du hast einen down Ich hab Ich hab Nix Injured Ne Der spackt wird Der läuft weg Wartig Chris Das ist ein zweiter verletzt Ja Wunden mach ich mal schnell down Oh man Nein hinter mir Danke Das war ich Ja Ich wollte grad schießen Jonas Ja Perfekt Also diese Fähigkeit Das war super Alter Ohne Scheiß Das ist so krank Ja Ich konnte Ich konnte Die Typen verletzten sehen Das wurde grad aufgehoben Ich konnte einfach quer reinschießen Die waren down Das ist so mega krass Das ist so krass ey Weißte ohne Witz Da kommt ein Termite Der weiß dass ich komme Das ist mir egal Ich muss den nur einmal hitten Der ist weg Ein Ein Die Pistole ist echt zu stark Die müssen sie nerven Das ist so mega Das ist so mega Du hast ja grad gesehen Ich musste nicht meine Kinder Ich muss einfach nur durch Chris Und man hinter mir schießen Boah was cool wäre wenn man die Pistole einfach durch einen Einschuss taser ersetzt Aber es ist auch so mega krass dieses Spotten Ich muss nur einen Gegner kurz in den Spot kriegen Thema erledigt Ja und das Das krieg's doch gut hin Das heißt Und im Fünferteam ist das richtig geil Im Fünferteam Ja ihr erschießt die nicht mehr weil ihr nicht killgeil seid Sondern ihr sagt hier komm her ich hab einen injured Ja richtig Ich bin zwar jetzt oft drauf gegangen weil ich injured gewesen bin oder sowas Ich hab irgendwie das Gefühl dass ich in diesem Modus auch angreifbarer bin Na ich glaube es lieb generell dass dieser Typ sehr angreifbar ist Ich weiß nicht Aber ich bin auf jeden Fall mega Gleich in der Sorge wieder Gleich in der Sorge wieder Gleich in der Sorge wieder Bei euch dann schnauze passiert hat Blitz, Bandits, Frost Und dann ein Huck Also keine Kaviera Ah verdammt ich bin genau in Smilton Außer Daniel Egal im�� Ich kenn die scheiße Mappo Jetzt ist immer so Augenkrebs Es ist immer so ein Teil Drie dich um 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 Verhoch Und dann links Jetzt links Genau weiter Der zweite Aufzug Ist ein bisschen hochgefahren Da kannst du mit der Drohne durch und ein Stock bei Tiefer fahren Ich glaub jetzt guck ich mir nochmal das Fernsehtestbild als Entspannung an Ja, Alte ich war traurig müssen bis ich meinen das Ding mache. Wozu bin ich eigentlich schlecht? Oh, Entschuldigung. Ich will das Gefühl, ich gehe so ein bisschen allein hier in dieser Map, ne? Lass mich drohen, lass mich eben drohen. Ja, mach das mal. Äh, ich will nur was schauen. Serverraum ist clear, also da wo ihr droppen könnt, ist clear. Nächster Raum ist auch clear, nach welchem Jut gelandet. Ah, ich glaube, ich bin unten. Achtung. Ja, ist definitiv nicht clear. Ja, jetzt nicht mehr. Der ist jetzt reingegangen dann. Wo ist die denn? Hier, mate. Hinter dem Schreibtisch? Ja. Nice. Oh, du Assi, Alter. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Da sieht man, wie nützlich dieses Teil ist. Ja. Okay, dann lass mich nochmal ganz kurz gucken, dass ich... Man ist irgendwie kaputt. Okay, es sind zwei Leute, drei Leute sind im Raum. Das heißt, einer ist noch in Ruhe. Einer ist im Fahrstuhl. Frost ist im Fahrstuhl. Ne, warte. Ne, nicht Frost. Warte mal, wer ist denn? Äh, Jäger ist im Fahrstuhl. Ja, er soll da rauskommen. Ne, Bandit. Jäger oder Bandit. Ich konnte es jetzt nicht genau sehen. Jäger oder Bandit. Das ist... Alter. Assi. Warte mal. Wollen wir auftürmer? Reicht nicht. Also vorsichtig, ich spreng gleich alles auf. Ist jemand im Serverraum? Ja, mach auf. Mach auf. Mach auf. Alter, da ist doch noch eine Warnung. 4 bei dir, Daniel, unten. Bei mir sind ein paar, ja. Dort, ziemlich genau dort. So, Fahrstuhl ist ausgeschaltet. Ja, die Reste zu den drei, wir dürften nun niemand noch im Raum sein. Bei. Drei. Oder? Ne, drei. Ne, drei. Aua, aua, aua. Geht aus, geht aus. Ich hab die doch... Na, ich bin verletzt im Fahrstuhl. Oh, cool. Aber weißt du, ich hab grad angezeigt bekommen, dass ich sie nicht zerstört hab, ne? Und bin trotzdem reingefallen. Wurden, Achtung. Also nicht zerstört, dass ich sie auf jeden Fall beschädigt hab. Oh, das ging schlecht. LoL, wie hab ich denn den gekillt? Wir haben gar nicht geschossen. Hä? Was? Da war der vielleicht noch injured. Das kann sein. Vielleicht hast du den injured, Daniel. LoL, den hab ich aber gar nicht gekillt. Ah, gut, kann sein. Ja, mega gut. Mega geil. Alter, ist schon wieder 3-0. Also, irgendwo campen, kannst du knicken. Ja, ist echt so. Hey, wieso? Weil ich den mit dem Gas... Ich hab nicht mit dem Gas da, hab ich die... Frost hat da gekämpft. Mir doch egal. Ich hab nur kurz meinen Cross-Border hingeschossen. Dann war finite. Das hat... Ich glaub, ich hab geschossen. Wie lange haben wir gewartet? Eine Sekunde? Dann kamen die Zeit-Dev-Nachricht. Ja, da war down-Dev. Thema erledigt. Ach, du hast ihn mit dem Bogen erwischt? Ja, ich hab den mit dem Bogen erwischt. Ich hätt auch Bandit erwischt, aber ich hab ein Tick zu weit nach vorne gezogen. Und dann hätt ich den im Fahrstuhl reingeschossen, dann hätt der auch nicht mehr lang sogar angehangen. Vor allem, ich sag Bogus, ne? Ja, ja, ja. Das ist halt mega-assi. Das ist halt assi, ne? Ja, nein, 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 nein. Das hat noch keiner von uns im Deck und steht 3-0. Ja. Und keiner. Nicht mal sicher. Das ist einfach eigentlich ein Speedshow. Das Ding ist, weil wir jetzt gegen viele Noobs auch ein Shit spielen. Ja, das stimmt. Ja, klar. Aber, weil wir... Weil wir... Weil wir... In... Aber dass doch keiner gelieft hat und ihn wundert mich. Ja, aber... Hast du die neuen Starten mal angeschaut? Die, wo du geschickt hast, ja. Ja. Noch krasser für Lieben ist noch krasser. Ja, anders gilt nicht mehr für Wank. Äh. Na gut. Oh nein, wir gehen hier aus. Sorry, Thomas. Ich dachte, du willst nicht mehr raus. Doch, ich will auch nicht mehr raus. Aber ich wollte noch ein bisschen Grad draußen entlegen. Ach, sorry. Chris, mach Back Alley Camp. Die kommt aber nicht, Chris. Ja, ist... Okay, gut. Jonas, deine Augen, sie sind so beautiful. Oh, Bug ist im Basement. Was? Bug ist im Basement. Wo ist Basement? Unten, Keller. Der kommt jetzt beim Standard Office Hallway hoch. Äh... Schön, schön, schön. Nein. Zwei Stück kommen aus... der Richtung. Daniel, wir gehen Main Lobby. Komm her. Ja, Main Lobby sind zwei Leute. So, Daniel, bin jetzt nicht laufen. Die sind alle unten. Also, Jonas. Ja, ich sehe sie. Ich sehe gerade zwei. Die gehen jetzt gerade in den Raum rein, in den nächsten. Dann ist er jetzt bei mir oben, wenn er aus dem Meer kommt. Ist er down. Du Ritter, halt. Nicht, auch Daniel, ich bin extra leise rangegangen. Da sind zwei Leute Demos. Ach, Daniel. Was meinst du... Tut mir leid. Ja, ich wollte sie doch interagieren. Ja, ich hab... Bei mir ist er nicht hingefallen. Ja, natürlich nicht. Deswegen hab ich auch gesagt, warte. Was meinst du? Gut mir... Ja, gut. Das nächste Mal. Ist ja jetzt halt schlimm, aber... Bei mir ist ein Schildträger. Das war nicht geil. Ah, Fuse. Fuse hat ein Schild. Warte, ich komm. Ich komm, Chris. Bei mir. Hier irgendwo. Bisschen leise. Bisschen leise. Ah, der hat da geschossen. Das war Bug. Okay, aber ich hab hier noch... Fuse hat ein Schild. Der ist auch da. Der ist auch da. Oh, ich sehe. Der ist in der Küche. Ja, so, hast du ja Zeit. Neuer Game. Och, man, ich hätte mich bestimmt auch noch erwischt. Meine Ablenkung, Alter. Taktische Ablenkung. Ah, der ist schon mal zweite Markloser Sieg, das finde ich gut. Hier, 0 ohne 1. Oh mein Gott, ich hab Jonas. Ja, ist nicht schlimm. Ja, als Kaviera machst du nichts. Trotzdem ist das ein Wunder. Aber das ist kein Sys Sap, voll komisch. Das ist so, wie die alle 0-0-Spiel gespielt sind. Oh Gott, 0-0. Ja, stimmt ja. Bei uns ist auch keiner ein Sturm, ne? Ja, richtig. Ja, 0-0-4. Ja, geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich hab eigentlich gedacht, ich mag den Angreifer übel und den Verteidiger überhaupt nicht. Ich dachte auch, ey. Aber ich mag beide extrem. Ich mag, ich liebe den Verteidiger. Der ist so mega gut. Du musst auch wirklich spielen können. Aber ich glaub, das war jetzt eine der geilsten Runden, die ich jemals, also vom Team her, die geilste Runde, die ich jemals gespielt hab. Die hat auch richtig Spaß gemacht, ohne Scheiß. Jetzt haben wir 128. Okay, und damit gehen wir in die nächste Folge. Macht's gut, haut rein, ciao.